Liebe Freunde von Leandas Lieblingen, heute habe ich kein Buch in der Hand oder jedenfalls erstmal nicht, sondern ich habe hier ein Kamishibai. Das ist etwas ganz Besonderes und ich werde jetzt einfach erstmal eine kleine Textstelle vorlesen, weil das auch einfach so liebenswürdig ist in der Geschichte, die hier erzählt wird. Also es heißt hier, vor gar nicht so langer Zeit in Japan lebten in einem kleinen Haus auf einem Hügel ein alter Mann und seine Frau. Obwohl sie keine Kinder gehabt hatten, nannten sie sich gegenseitig Yichan und Bahan. Yichan bedeutet Opa und Bahan bedeutet Oma. Eines Tages sagte Bahan, Yichan, du hast kein einziges Wort gesagt in den letzten drei Tagen. Ich habe darüber nachgedacht, wie sehr ich es vermisse, auf meine Runde zu gehen, sagte er. Bahan machte große Augen. Wie viele Jahre ist das jetzt her, fragte sie. Schon eine ganze Weile, aber meinen Beinen geht es gut und ich habe das Fahrrad immer gut in Schuss gehalten. Ach, ich weiß nicht, aber wenn ich es mir recht überlege, ein Tag schadet bestimmt nicht. Soll ich ein paar Süßigkeiten zubereiten? Das wäre sehr lieb von dir, sagte Yichan. Und dieses Kamishibai bedeutet, dass ich nun eine Tafel wegziehe, sie hinten reinstecke und so geht die Geschichte weiter. Und ich lese hier nur noch ganz kurz weiter, weil ich das vom Text her einfach ganz zauberhaft finde. Am nächsten Tag fuhr Yichan auf seinem Fahrrad im ersten Morgenlicht im Hügel hinab. Hm, wie viele Jahre ist das jetzt her, fragte er sich. Ich kann mich überhaupt nicht an einen solch schönen Morgen erinnern. Alles ist so frisch und jung. Na, und dir wünsche ich auch einen guten Morgen, du wackelige alte Brücke. Bist auch nach all den Jahren noch bei Kräften, was? Und er begann eine kleine Melodie zu summen, die seine Mutter zu singen pflegte, als er noch ein kleiner Junge war. Ja, und dieser Yichan, ich packe das jetzt mal weg, obwohl es so wunderschön ist, dass ich es am liebsten ganz vorlesen würde und zeigen würde, wie diese Verlegerin, Frau Bracklo, diese Bücher macht. Also das eine ist das Puppentheater mit den Tafeln. Das ist eigentlich gedacht für Kindergärten. Und übrigens bei Kindergärten ist es auch sehr berühmt, dieses Prinzip Kamishibai. Man kann es natürlich auch im Privataushalt haben. Und zum Beispiel für ein Kinderfest ist einfach mal inszenieren. Und das ist schon sehr spannend, wie Kinder darauf reagieren. Ja, und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Übrigens, schauen Sie mal, ich weiß nicht, ob man das im Film sehen kann. Dieses Buch ist noch so richtig in echtes Leinen gebunden. Und da wird nun diese Geschichte erzählt, wie dieser Kamishibai-Mann Yichan in die Stadt kommt und mit seinen Hölzern die Kinder versucht zusammenzurufen. Aber sie kommen nicht mehr. Denn in der Zwischenzeit ist der Fernsehapparat erfunden worden. Und hier kann man sehen, dass inzwischen nach all den Jahren, die er nicht mehr unterwegs war mit seinem Kamishibai, die Kinder nur noch vor dem Fernsehapparat sitzen. Inzwischen ist wieder noch mal Zeit vergangen. Heute würden sie vor ihren Smartphones sitzen. Und den einzigen, an den er sich erinnert, ist ein kleiner Junge. Der konnte sich die Süßigkeiten immer nicht leisten. Aber er hat den Geschichten so gerne zugehört. Und er stand immer etwas abseits. Und der Kamishibai-Mann hat ihn gefragt, willst du denn nicht auch was Süßes haben? Dann lief er einfach weg. Ja, und jetzt sind die Jahre und Jahrzehnte vergangen. Und er ist ein uralter Mann und ist nun dabei, seine Geschichten noch einmal zu erzählen. Und da meldet sich hinten im Publikum ein Mann und sagt, ich bin es gewesen. Ich bin es gewesen. Kann man das hier sehen? Der mit den grünen Ärmeln. Ich bin es gewesen damals, der so gerne zu diesen Geschichten kam. Und jetzt bin ich selber erwachsen und habe selber Kinder und finde es wunderbar, dass es den Kamishibai-Mann immer noch gibt, der uns seine Geschichten erzählt. Denn diese Geschichten haben wir nie vergessen. Ja, ich habe diese Geschichte letzten Freitag vorgestellt in einem Kindergarten bei einem Elternabend. Da ist mir tatsächlich was ganz Witziges passiert. Beziehungsweise witzig ist es gar nicht. Es ist vielleicht eines der schönsten Geschenke, was ich jemals bekommen habe, weil eine junge Frau nach dem Vortrag auf mich zukam und sagte, Frau Hoffmann, ich war schon als Kind mit meiner Mutter damals in Mannheim bei Leanders Leseladen und sie haben am Samstagnachmittag immer noch Geschichten erzählt. Und ich durfte damals bei ihnen oft mit dabei sein, wenn sie diese Geschichten erzählt haben. Tja, was das wohl damals für Geschichten waren, dass sie sich immer noch daran erinnert. Ich glaube, ich weiß es. Eine der Geschichten war, und das ist jetzt auch, in diesem Verlag erschienen von Rafik Shami, der Wunderkasten. Das ist eine Geschichte, die mich auch immer, ja, buchstäblich zu Tränen gerührt hat am Ende, denn es ist im Grunde immer wieder die gleiche Geschichte, nämlich die Erinnerung daran, wie schön die eigene Fantasie in der Kindheit war. Es geht in dieser Geschichte darum, und übrigens diese Illustrationen von Peter Knorr, die sind von einer unglaublichen atmosphärischen Schönheit. Das ist so ein Hinterhof in Damaskus, wo eben dieser Märchenerzähler kam, der seinen Wunderkasten, hier kann man ihn sehr schön sehen, wie die Kinder da vorsitzen, aufstellt, und jeder, der ihm ein Glas Wasser bringt, darf sich vor den Wunderkasten setzen und den Bildern zugucken, die seine Geschichte begleiten. Also damals schon eine Bildergeschichte in diesem Wunderkasten. Und es war natürlich ein zauberhaftes, klassisches Märchen von einem armen, kleinen Ziegenjungen, der in die schöne Leila verliebt ist und der natürlich unglaublich wahnsinnige Abenteuer bestehen muss. Zum Beispiel muss er Löwenmilch besorgen für den Vater der schönen Leila, der immer gerne schön sein möchte. Und das ist man nur durch Löwenmilch. Und er muss da also tausend Abenteuer bestehen, bis er am Ende tatsächlich seine schöne Leila als Braut nach Hause führen darf. Aber, hier feiern sie alle, aber das Problem ist, der Lauf der Zeit nagte sehr an diesen Bilderrollen und irgendwann waren diese Bilder völlig zerstört. Der alte Mann, der Märchenerzähler, hat sie immer ein bisschen geklebt mit modernen Werbebildern, aber die waren nicht besonders reizvoll für die Kinder. Das interessierte sie überhaupt nicht, dass Löwenmarke da jetzt plötzlich in der Dose angeboten wurde und die schöne Leila Werbung machte für die schöne Zahnpasta und so weiter und so fort. Jedenfalls, die Kinder kamen einfach nicht mehr. Und irgendwann kam auch der Geschichtenerzähler nicht mehr. Aber dann eines Tages, und ich glaube, es ist eine Geschichte aus der eigenen Kindheit von Rafik Shami, erzählt er, dass die Jahre vergangen waren, als eines Tages er wieder das Glöckchen hörte, dass der Märchenerzähler in seinen Hinterhof kommt. Und er rannte los, als er die Stimme hörte, Kommt Kinder, kommt alle her und hört meine Geschichten. Zuhören kostet nichts, kommt alle her und für einen Piaster könnt ihr die Wunder der Welt sehen und den mutigen Sami, wie er auf einem Löwen reitet. Tja, heißt es hier, wir wunderten uns über seinen Kasten, der nun keine Stäbe und gar keine Bilderrollen mehr hatte. Aber er sang und erzählt von Räubern, Löwen und Verliebten und die Kinder lauschen den Geschichten des alten Mannes gebannt wie früher. Und als sie sich von der Bank erhoben, weil sie ja in den leeren Kasten geschaut haben, strahlten ihre Gesichter. Was habt ihr gesehen? Was sieht man, wollten die Wartenden wissen. Das ist ein Wunder, flüsterten sie. Und ich war froh, als ich an diesem Tag selber an die Reihe kam und es war wirklich ein Zauber. Der Wunderkasten war dunkel und er blieb dunkel. Aber ich hörte die warme Stimme des alten Mannes so schön wie nie zuvor, als er anfing zu erzählen. Und das kann ich nicht vorlesen. Sie merken schon, ich fange an zu schlucken. Das ist eine Geschichte, die mich unendlich rührt. Denn Rafik Shami erzählt nun davon, wie er in diesem Wunderkasten trotzdem all die Bilder seiner eigenen Fantasie in seiner Kindheit wieder sieht. Das ist Zauberei, sagen wir. Schöne Geschichten sind immer Zauberei. Auch hier in ganz feines, rotes Leinen gebunden und übrigens zweisprachig. Also, man sieht hier ein bisschen zweisprachig Rafik Shami, der Zauberer aus dem Orient, aus Damaskus, der zu uns gekommen ist, um uns seine zauberhaften Geschichten zu erzählen. Ich wünsche allen Menschen diese Geschichte. Und natürlich auch die von Kamishi Bayman. Und daran kann man übrigens sehen, dass das auf der ganzen Welt immer wieder das gleiche Thema war. Diese Sehnsucht nach dem Glück der Kindheit. Und die bezog sich darauf, welche Geschichten wir da gehört haben. Eine ganz besondere Verlegerin, die diese Geschichten so kostbar wieder verlegt. eine ganz besondere Verlegerinung, die 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 Bitze durchge proceed, Das ist halt nicht nur ein bisschen Ich beniss,